Jo, herzlich willkommen hier. Ich spiele jetzt mal eine Runde Robo Unicorn. Kommt da rüber? Ja. Attack 3 glaube ich ist das. Ach scheiße. Gereden und Dings ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube hier spielen. Also ich kann euch jedenfalls mit dem, wenn ich auf dem linken Bildschirmrand drücke, kann mein Einhorn springen. So. Und wenn ich auf dem rechten drücke, dann kannst du irgendwie so einen Power Move machen und du kannst irgendwie so oder durch so hier. Und ja, das ist das einzige. Und der Typ ist halt immer noch Musik. Und den singt. Always I wanna be with you and make believe in you and make na 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 na. So, da bin ich gerade mal der Scheiße, bin ich drüber gespuckt. Auch irgendwann. So. Das ganze Feeling hier jetzt von. I'm a last unicorn. Ich sollte echt nicht morgens früh so viel singen, aber ist ja auch, äh, ja. Ich habe auch schon gesehen, dass einige Leute konnten hier mit, äh, ah, schön, äh, irgendwas anderes laufen. Ich glaube mit Delfinen oder so kannst du auch nachher irgendwie halt, äh, rumlaufen. Aber ich bin bis jetzt noch nicht so wirklich weit in diesem Spiel, ehrlich gesagt, gekommen. Oh, den habe ich gekickt. Das ist ja wunderbar. Always I wanna be with you and make believe in you and make na 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 na. Ich bin super klasse da drin. Na 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 na. Weil das ist die ganze Zeit über kommt dieses Lied dabei. Always I wanna be with you in Mag... Okay, jetzt kann ich mal auf Zitadelle gehen. Ich muss mich mal überlegen. Blablabla Tränen. Dann kann ich hier, glaube ich, auch auf Schmiede gehen. Und hier kann ich mir zum Beispiel auch ein neues Einhorn machen. Ich glaube hier, äh, für 200 Schmieden. Ich habe 767. Ich habe auch von der anderen Währung, habe ich auch ein paar. Geh doch mal zurück. Hier. 20, da kann ich irgendwie so genau einen 30, kann ich mir auch eins schmieden. Dann schmieden wir doch mal kurz ein Einhorn. Always I wanna be... Oh, wie sieht er aus? Ist ja geil. Ein, äh, Einhorn. Ein Orbit XE Einhorn. Es ist episch. Es ist episch. Ein episches Einhorn. Alter, was geht ab? Ein episches Einhorn. Ja, ja, ja. Eine Arm und blablabla. Ja, ja, ja. Angriff, Ui, 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 was? Angriff. Mhm. Mhm. Ja, dann greif doch an. Aber auch nicht. Ja, Angriff. Hier kannst du eine Angriffsmissionen schicken. Losgeschickt. Einhörner sind erst wieder verfügbar, wenn der Angriff vorüber ist. Falls es überhaupt zurückkommt. Haha. Schicken wir jetzt eins dieser geilsten Hüllen auf deinen Angriff. Ach so, ja. Kann ich ja nur den anscheinend nehmen. Ja, ich möchte den gerne nehmen. Ach so, gut. Manchmal reagiert mein Handy nicht so. Wo ist er gar? Always I wanna be with you and make believe in you. Na na, na 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 na. Warten wir noch einfach mal die 50 Sekunden. Und in der Zeit denke ich einfach. Always I wanna be with you and make believe in you. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel gestern so ein bisschen angespielt. Und da war noch alles okay. Da habe ich mir gedacht, cool, du hast keinen Ohrwurm. Ist alles nice. Ist alles okay. Ist alles super. Heute früh, ich stehe in der Küche, mache mir meine Brötchen halt als Aufbackbrötchen. Schmeiß die mir schön in den Ofen rein. Und denke dabei einfach so na 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 na. Scheiße, Ohrwurm. Das ist manchmal echt schon gemein. Weil das Lied denke ich mir so, oh, nichts Schlimmes oder so. Und dann so am nächsten Morgen, always I wanna be with you. Und ich sing's ja auch noch falsch. Das ist ja auch noch das große Problem, glaube ich, daran. Ich sing's ja noch nicht mehr richtig. Oh, einsammeln. Yay, ich habe einen Schatz bekommen. Und ich bekomme fünf von diesen Teilen. Super. Gefällt mir jetzt toll. So, äh. Gehen wir raus? Wir wollen natürlich noch ein bisschen spielen. Wer möchte nicht gerne spielen? Also, always. Greif nach den Sternen. Robo Einhorn. Auf zu neuen Tatendrang. All. Nein. 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 Wenn ich ja drücke, müsste ich ein Video gucken. Aber ich glaube, dann wird die Aufnahme aufhören. Deswegen, äh, ja. Scheiße. Ich darf hier übrigens Scheiße sagen. Mist. Always. I wanna be with you. Gleich erschlägt mich jemand. Oder gibt einen Dislike. Always. I wanna... Oh, scheiße. Ich kriege den Teil damit. Übrigens, man kann auch mit einem Doppel-Klick... Kann man hier halt... Oh, der war aber gar nicht. Der Muffer gar nicht mehr so. Verkehrt. Und ich kann auch mit so einem... Ah, ja. Doppelsprung da halt auch so ein bisschen höher. Und dann kannst du halt auch noch mit so einem... So einem in der Luft rumdüsen. So auch noch so ein bisschen halt, äh. Wollen wir was machen. Ich glaube, wie mehr es schön singen kann, kann ich mich nicht wieder beleben. Weil sonst würden wir ja ein Video sehen. Und das wäre, ähm... Unpassend für mich. Da hat er doch gerade mal eben die, die, die Werbung da gezeigt. Und dann konnte ich ja nicht mehr weiterspielen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Macht aber nichts. Also, so viel habe ich jetzt bekommen. Äh, ja. Machen wir einfach nochmal starten. Start, 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 start. Eine Runde spielen wir auf jeden Fall noch. Und danach habe ich auch keine Lust mehr. Always I wanna be with you. And make believe in you. Na, 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 na. Oder gibt es noch andere Einhorn-Lieder? I'm last unicorn. Oh, da hauen wir jetzt gegen. Ja, das ist wunderschön. Ey, ich springe da immer rüber. In der Riese. Und es im Hintergrund sind Teddybären. Einhörner, Teddybären. Ich meine, das quiggert mich jetzt gerade total. Ich bin ja also... Bin jetzt ein Einhorn-Fan. Naja, soll ich mich jetzt Einhorn-Fan anzeichnen? Auf jeden Fall lustige Tiere. Aber Farbe wie... Ah. Da ist er nicht weitergesprungen. So eine Mist-Dings da. Also, singen wir wieder dazu. Always. I wanna... Nein. Nein. Was mache ich hier denn? Der hat mich jetzt raus. Tasa-Xer. Der haut das jetzt raus. Hol dir den... Äh, den K Mentor. Wunderbar. Always. I want to be with me and I need leave to me. Nanananananana. I don´t have to be. Ganz schön kaputt. Das war ein geiler Move, glaube ich. Ohohohohohoho. Es läuft, es läuft. und da war schon wieder werbung na ja okay blöd gelaufen von daher wunderschönes gameplay und sind auf jeden fall einhörner ich bedanke mich fürs zugucken und für meine wunderschönen live gesang den ich hier performen konnte bis zum nächsten mal würde ich einfach mal sagen hier bei ektowolle auf wiedersehen ciao